hallo der blind spectator vor euch ein mikrofon zusammen mit laurie link und den pix player jack spielen wir worms clan wars. hi leute. hi leute. so die map kennen wir. so wer ist dran? wo ist er? oh ich weiß nicht ob die du kennen. die sind immer nur ähnlich. aber nicht ganz geil. da ist ein pixel sicher anders. das gefällt mir schon wieder gar nicht wo ich hier stehe. weiß nicht du hast doch eigentlich eine gute high position. ja aber was beschwerde ich denn von hier. ja vor allem. du musst ja auch richtig weit werfen jetzt. ob die bis dort drüber fliegt zu euch. ja laurie hat quasi alle wirmer oben. ja ich sehe schon. ja deswegen also in der regel steht er echt gut. da fühle ich jetzt mal so nicht bezweifeln. oh was hier. mörderangriff oder was. was mit ihren verkehrt. das passiert doch direkt schon mal. na. aber zum glück gingen die meisten daneben. ja das ding hat die immer sofort abgeblockt. so eine scheiße. und das geht nicht mehr in die luft. das wird jetzt. ich hab das gefühl checken wir jetzt hier gleich mal verhindern dass hier die ganzen kisten bekommen. das müde ich. das müde ich hier. muss man auch sein. stark. und ich hoffe der plan geht auf. brauchst du beide ins wasser jagst. passieren. ich hoffe nicht nah genug dran. nein. oh shit. das ist so ein scheiß ey. das hätte ich besser machen können. ja springt. das war ein blick gänger. hat er glück. ich habe einen esel bekommen. ich habe keinen esel bekommen. besser wenn du es uns nicht sagst. armageddon. ja das wäre auch gut. so probier ich sag mal mit einer granade jetzt hier. ja. die hat zumindest was getroffen. die war echt wundervoll. die war nicht ganz nützlos. ich fand die schön. ich glaube da muss ich doch direkt rache an laurie nehmen. aber an dem hier. ich habe das gefühl. ich habe das gefühl. du fliegst jetzt weit. jetzt. ja. schade. tschüss laurie. schade um laurie. ja. das ist ja. ganz toll. hier stehe ich eigentlich auch ganz toll. ne. so. was machen wir denn da mal. auf die beiden 150er da rechts feuern. das finde ich im mir bringt schon mal gut dass deine auf meinem draufsteht da bist du glaube ich das macht mir gar nichts das macht mir gar nichts das macht mir absolut gar nichts so jetzt tut ein job wasser ich habe gehofft dass die mine mit rutscht ach so ja das wäre schön gewesen der wäre könnte gut als wenn ich da irgendwie mit der bazooka oder was rein feuer wie bekloppt ja ich sehe das gute boris was hat er euch nur getan hätte ruhig runter rutschen können ich bin zufrieden damit jetzt werde ich noch griechen bis jetzt ist nicht so wirklich möglich hier die schweren angriffe hier bei mir auszupacken das sind zwei rote bürger die jetzt glaube ich gleich ein bisschen kassieren herrlich da kann sich ja direkt vor wie auch genau ich bin auch dafür dass jetzt noch mein 111 ok da habe ich hingegen wieder also das finde ich jetzt nicht in ordnung jetzt wird er ja endlich mal seine minden gesprengt bekommt glaube ich da kommt noch eine mine ja super ah nee das ist jetzt machen wir hier nicht mit köpfen also da gucke ich mir nicht noch mal mit an es stirbt ich glaube das hat er überleben ja da macht aber nichts das lief wenigstens sind die nicht unausgelöst gewesen weißt du wie man die ganz gut wegkriegt wenn man diese wasserpistole benutzt dann kann man damit so rüber spritzen auf den 75er und der 150er der fällt dann eh schon ja denkst du müsste ja jetzt mit ordentlich und dann vielleicht ein bisschen hochziehen 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 ich habe zu spät hochgezogen genau meine würmer sitzen felsenfest ja und jetzt sind sie leider dran sie hätten beide weg sein können ja habe ich die schwerkraft ein bisschen unterschätzt ja jetzt kommt auch noch die omi ja da wirst du nicht viel von haben ich denke deinem wohnen wird sogar nicht mehr gut gehen wenn die oma jetzt ordentlich getroffen hat und ich meine dann ist ja auch noch wasser ja das ist eigentlich gar nicht so schlecht denkt der wurm der dran ist das finde ich auch dass er hier dran ist das finde ich schlecht ach komm so was haben wir denn hier erst mal feines wenn das ein esel ist die rechte insel die bietet sich so gut was nehmen wir denn ich habe keine ahnung eine schöne lenkrad karte die komfort kommt schade ja brenne wenn du klein schwein ich mir mehr von versprochen laurie ja noch 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 sieht es gut aus du hättest ruhig dort drüben bleiben können also weißt du manchmal braucht es nur einen kleinen schubser zum glück ja schade ja das war ein schrittchen zu weit würd mal sagen karma das war aber richtig karma gewesen ich bin sehr zufrieden mit mit dem ausgang des zuerst du bist der einzige mit nach allen würmern ja das ändern wir uns nein was O der war wieder oh mein no oh god no god please no 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 nooooo läuft die katze über die tastatur Ja, auf jeden Fall, ey. Sammy! So, jetzt gibt es ja nochmal einen schönen Luftangriff. Alter, ich habe hier drei Failrunden dabei gehabt. Richtig übel. So, trifft das Ding, jawohl. So, die Kiste ist, ja genau, die Kiste ist auch weg. Das ist wichtig. Oh, 100. Schöner 100er. Das hat... Da war ein guter Treffer. Der hat mir gefallen. Ziel ist aber leider weniger. Nee, das muss nicht sein. Komm, das muss nicht sein. Komm, ich will das Gespräch hier mal unterbrechen. Ja gut, wird man halt so weiter, ne? So, wie das aussieht, meine Herren, Reins. So, ich bin dran. Mal gucken, was da jetzt wieder dumm ist, bei Passieren. Ja, hoffentlich nicht schon wieder der Fallschaden. Könntest du mich so langsam mal wieder ein bisschen unterstützen hier? Ja, das... Das hatte ich auch durchgehend vorgehabt. Aber irgendwie fand mein Wurm das wohl gar nicht so geil. Ja, da ist das Ding da, hier. In your face, bitch. So, steht doch einfach. Danke. Jetzt komme ich dann nämlich auch durch. Ich versuche es auf jeden Fall. Oh! Bisschen zu tief. Vielleicht hätte ich jetzt lineal anlegen sollen. Oh! Ich versuche es auf jeden Fall. So schnell finde ich das auch, ne? Ich habe eh schon kaum Zeit zum Zielen und so. ja ich hab hier ein lineal zum greifen zur not ich hab einen stift genau ich hätte eine dose genau darfst du nur nicht falsch rumhalten das wäre rutsch sie ist willkommen ich spüle meine elektronik hier weg so Wind mit berücksichtigen ja immer Wind mit berücksichtigen das ist wichtig Napal burn oh wenn der jetzt geil und darum hat die Genfer Konvention das verboten das war so nicht geplant aber egal schulein das hat mich einfach nur mitgefreut das war das war ein schönes Ende von dem lauri ist hier echt der Napalmgott da macht er da oben den Crip Dance ey und dann ist er weg das war krass das ist ein großartiges also was da manchmal beim Napalmangriff bei rauskommt weil er nicht weiß wo er hin soll zu geil ey jetzt möchte er das gleiche haben auch so einen schönen Crip Dance und dann ja und in der Luft noch zack 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 und bis drüben geschafft oh scheiße jetzt wird's gut hier schön erstmal im Wasser wieder abkühlen ja Das ist richtig schön hier gerade Das ist ja super lustig So Ich frage mich, ob ich den 150er von Phil da hinten treffen kann Nein Nein Ganz simpel mit der Bazooka Das wäre Sehr stark Ja, warte, ich muss doch eben zielen Da muss ich mal ein Stück rauszoomen Das witzige ist Das wird klappen Ja, was Jawoll Alter Schwede, der war stark Meine Würmer Jetzt kümmern wir uns plötzlich um unsere Brigade oder was Wenn wir plötzlich kleinlaut die ganze Zeit hier auf Riot gehen Und jetzt kriegt man selber mal was ab So Was habe ich denn hier noch feines alles Aber weißt du was, ich habe eine Idee Ich glaube, wir sollten uns verbinden Er hat viel mehr Würmer als wir Ja du, das wäre ich tatsächlich gar nicht mal so anders Oh Cluster Gute Cluster Wow, 50 Phil Cluster, ist das ordentlich Das hätte wohl schon ein paar Mal mehr einschlagen können So Das wird jetzt wieder nicht funktionieren Das krieg ich schon hin Äh Phil Nein, Quatsch Ja Oh no Oh no Ja, finde ich gut Hat gut geklappt Das war nicht der Sinn und Zweck dahinter Ich dachte du wirst auf die beiden 75er gehen Ich wollte auf den 150er gehen Ist das dein scheiß ernst, du wolltest auf den 150er gehen und das kommt dabei raus Weißt du wie man auf den 150er geht, so geht man auf den 150er Hast du mal meine Arme gesehen, die sind nicht trainiert So, jetzt ist das Ding da nämlich auch noch hochgegangen Fliegt weg, Feuer, lass mich in Ruhe So So, es gibt jetzt hier einen Schaden Das ist ja, das ist ja richtig jämmerlich Dann lache ich ja drüber Ja, ich auch, ey Hätte erbärmlich ja nicht werden können Dann habe ich mir Schaden gemacht an den falschen Zielen Aber Kannst du sagen So, wen haben wir denn hier drüben? Willst du mit deinem Fehlschlag auch noch prallen, oder was? Wen haben wir denn hier drüben? Der heißt Boris Ja, das ist Boris, aber Boris ist mir egal Der ist vielse, Mann, der geht noch Der geht noch mal hier Der ist vielse, Mann, der ist vielse, Mann Ey, so egal ist mir Boris auch nicht Der will nicht dort runter Shit Ah, shit, Alter Shit, Alter Wenn das so weitergeht, wird das ganz doof Ja, gibt es ja sowas Vielleicht funktioniert das ja besser Auch wenn es ordentliche Wurf ist Jetzt bin ich gespannt Mh, drei Sekunden dürfen Äh, zwei Zwei Zwei? Zwei Was? Drei passen Boah Ah, nicht ganz optimal Aber war okay Zum Glück Einer davon stiert bereit Was? Ja, einer stirbt auch Ja Was? Und der nimmt den dann mit Puh Mh, Banana Oh no So schnell kann sich das wieder drehen Ja, wenn der Bananen-Gott gnädig ist Ja, ja Geht jetzt echt fix So Ist jetzt dran Hoffentlich nicht Boris Ach, das Wasser ist abgeflossen, Jordan Schön Kann ich wieder atmen Wohmwechsel? Das ist Teleport Shield Da kann man ja jetzt keinen Schaden haben Aber wegspülen gehen Ja, ich habe schon gehofft, dass unten der Käsemann dran ist Der gute Käsemann Ist das Joni oder ist das Joni? Das ist Joni Das ist Joni Oh, Bananabob will er machen Oh Die wird dich aber selbst killen Aber ich will nicht mehr als eine Sekunde nehmen, ne? Nee, komm Oh, drei Lauri zielt immer durch Immer drei Sekunden Jawoll Das schmeckt Da die Mine Doch, ja Mega So, haben wir alle noch einen Wurm? Das wird hier wieder ein Foto, finde ich Ja, ich bin da irgendwie gerade Überhaupt nicht überzeugt von, dass das so toll ist Eigentlich ist die Idee hier gar nicht mal so schlecht Was bringt das eigentlich? Jetzt packt er sich auch noch eine Jetzt kann man mir halt keinen Schaden machen Im Grunde Genau Okay Ich kann ihm keinen Schaden machen Das ist natürlich äußerst ärgerlich Aber du kannst Lauri schaden Das ist doch sowas nicht So Na Der ist zu dick dafür Danke Oh, nee, doch nicht So, jetzt kommt der Leap of Faith Wurf da Oh, shit Und genau Yes Glaubst du ja nicht Okay, okay Damit kann man arbeiten Damit ist Jack weg Aber Kill ist halt noch unverwundbar hier Das macht nichts Dann kannst du da auch mit irgendwas wegfeuern Also wenn du irgendwas hast, was genug Druck aufwirft Oder eine Wasserbombe Oder was weiß ich was Du kannst die Wasserbombe Kannst du wegspülen Ähm Ich weiß ja auch nicht, wie lange das Schild hält Na, bis ich wieder dran bin Okay Ich dachte jetzt bei mehreren Sachen auf einmal Ist wieder so Oder hast du irgendwas Tolles in der Kiste gefunden Unten in der Leiste oder so So ein super Scham Wenn die hier gut fliegt Oh Gott, Alter Aber die fliegt nicht gut Bleib nicht da oben stehen Der ist da oben stehen geblieben Ja, da hab ich gepennt Schade, Knut Das war's jetzt mit dir Das tun wir nicht für Knut Feuern Feuern Komm, bleib stehen Ja, ja Der lebt noch Aber was mach ich denn jetzt Ich komm da oben nicht ran Ich geh auf die höchste Spitze davon Ich glaub du kannst mich Instant killen Und auch hier hast du eine Pumperbombe Ja Direkt auf sein Gesicht ziehen Zoom rein und ziel damit direkt auf seinen Kopf Ich glaub die macht 30 Schaden Ich glaub Direkt auf sein Gesicht Genau, das muss passen, ja Das sieht gut aus Wer die biegt jetzt wieder vorbei Ja Komm Na bitte Und damit ist es dein Sieg Gut gemacht Die meisten erledigten Wurmfreunde Tja Ne Moralisch bin ich trotzdem Den meisten Freundschaden hab ich gemacht Das ist nicht die beste Statistik Das war auf jeden Fall wieder eine Folge Worms Clan Wars Ich hoffe euch hat's gefallen Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Haut rein Ciao 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 Ciao